Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück und zwar zum wahrscheinlich vorletzten Part, das werden wir noch sehen, von Pikmin. Wir haben nur noch vier Teile einzusacken, drei in dieser Welt noch und wir haben schon alles gut vorneweg vorbereitet. Jetzt gehen wir das vorletzte Mal oder das letzte Mal in die fernen Quelle und holen uns den Rest. Wir haben nämlich noch dieses eine Teil da abzustauben, wo wir das letzte mit den gelben Geschlechtspikmin umwandelnden, was weiß ich was, wo wir gepackt haben. Dafür brauchen wir allerdings jetzt erstmal unsere blauen Kandidaten. Die holen wir uns auch sofort. 50 Stück werden lang. Aber ne, ich glaube da ist schon gelangt. Aber wir pflücken noch ein paar von da hin und dann ist gut. So, dann zuf mal ein Pikmin nach der Mannin aus der Erde, mein Freund. Jawohl. Man kann nicht so viel haben, nur zu wenig. Hoffentlich sind die Punktbären wieder nicht da. Okay. Schauen wir mal, wo war das Ding denn? Das war da hinten, das haben wir schon ein bisschen abtransportiert und da hinten haben wir auch noch zwei Teile. Ich denke mal, das sollte eigentlich alles mit unseren... ...mit unserer blauen Armade hier machbar sein. Ah ja, da war ja das eine, genau. Das kostet wieder mal enorm Zeit, wenn die Schweine einfach alles abbacken, ähm, abbacken, anbacken. Ja genau, die Pikmin sind kleinen Lustmolcher. Wenn die einfach alles hier anfassen. So, dann können die das hier schon mal mitnehmen. Wir schauen uns in der Zeit mal um. Hier oben haben wir nämlich auch ein Teil. Das wäre... Wie war das genau? Das war auch so eine... ...so eine saublöde Geschichte. Wir haben erstmal mit ein paar Pikmin hier... ...ein paar Versuchsobjekte starten. ...wieder hoch. Oh. Gut. Dann. Bin das wirklich so? Ich muss grad wirklich überlegen. Die gelben Pikmin konnten wir da glaube ich nicht drüber schmeißen. Die können wir da hochkicken. Okay gut, das sieht schon mal sehr gut aus. Versuchen wir mal, ob das hier so funktioniert, wie wir wollen. Tatsache. Dann brauchen wir wieder ein paar blaue. 15 Stück insgesamt an der Zahl. Die anderen transportieren wir fleißig munter weg. Dann werden wir das auch gleich mal machen. Ich hoffe, dass wir in diesem Part jetzt die restlichen drei Teile holen können. Da werden wir nämlich im finalen Kampf antreten können. Und dann wäre das Projekt leider auch schon erledigt. Schade eigentlich. Pikmin spiele ich wahrscheinlich sehr gerne. Okay. Ah jawoll, das Teil ist da. Perfekt. Jawoll. Da freuen sich die guten zu Recht. Krümmungsreaktor. Der Reaktor wandelt die Permutation des Raum-Zeit-Containiums in pure Energie um. Er funktioniert im Prinzip wie ein riesiges Gummiband. Aha. So. Jetzt fehlen noch zwei Teile. Das sind die zwei, wo wir uns jetzt natürlich schonen wollen. Und dann müssen wir leider wieder mal zurück. Und wie es halt so leider ist, ne. Okay. Kommt her, meine Brüder. Wir nehmen mal für das andere Teil noch ein paar zusätzliche mit. Das müssen wir insgesamt mit 50 auf dem Feld stehen. Wäre vielleicht waterhaft. Okay. Die anderen 20 sind die roten. Gut. Dann holen wir uns 20 eine Teil. Dafür brauchen wir nur 15 Stück. Aha. Jetzt sind unsere Pikmin mal wieder hier die... die besten Beleistungssportler der Welt. Nämlich überhaupt nicht. So. Ich hasse dieses Drecksvieh. Ich hasse dieses Drecksvieh. Okay. So. Dann kriegen wir uns alle gut was an. Wunderbar. Dann schleudern wir mal die guten Freunde hier hoch. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. 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 Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zelf. Drei. Zehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Fünf Falle Fälle. Okay. Gut. Dann bin ich schon mal da. Perfekt. So. Röhnen wir doch. Schatz. Nein. Du Depp. Okay. Gelernt haben sie also nichts. Okay. Also eine fehlt noch. Es hätte ja so einfach sein können. Aber nein. Dieser eine verdammte Pikmin wollte ja unbedingt nicht fliegen werden. Bäm. Rüber mit dir. Und die können schon mal das Teil hier mitnehmen. Wunderbar. Jetzt fehlt ihnen das vorletzte Teil. Und das finden wir da. Da müssen wir mal schauen. Ich denke mal das wird auch ganz mehr so einfach jetzt werden. Ist ja immer das letzte Teil. Wem ist von der Karte her richtig schlecht? Ach hier. Ah da waren wir schon gewesen. Okay. Ja die Pikmin die lassen sich halt durch sehr extrem Zeit. Nicht gut. Das ist es schon. Das ist ja immer voll für den Arsch. Okay. Endlich. Mein Pilotensitz. Habe ich ihn erst angebaut. Sieht mein Cockpit bestimmt wieder wie neu aus. Mit jedem Teil das ich finde. Erinnert mich das Dolphin mehr und mehr an. Ja. Ach ja der Dolphin und ich. Gut. Dann sammeln wir mal das Ding mal ein. Damit hätten wir jetzt alles hinter uns. Jedes Teil gesammelt. Hoffentlich passiert jetzt nichts oder irgendwas. Dann wird der gute Olimar sich jetzt mal auf die Reise hier übergeben. Sein. Zu seiner Heiligen. Und darauf warten, dass die restlichen Teile endlich ankommen. Hoffentlich sind ja keine Punktbänen. Das werden wir gerade noch fehlen. Ja sieht aber alles erfrittlich aus. Sehr gut. Und jetzt halt flüten wir mal hier unsere anderen Kameraden. Die sollen schließlich auch noch was vom Leben haben danach. Wunderbar. Ah ein paar Blumen, aber eben noch ein paar Blätter. Komisch, dass die nicht alle gemacht worden sind. Oder nicht alle in Blüten umgewandt. Das ist jetzt aber eigentlich. So ist jetzt eigentlich mal eine interessante Frage zu stellen. Wie fandet ihr das Spiel bis jetzt mit großen Grenzen? Das würde mich nämlich mal interessieren. Wie fandet ihr generell wie es gelaufen ist? Oder wie vom Let's Play her? Oder vom Kommentieren her? Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Aber man weiß ja nie. Aber ehrlich, wie habe ich das Gefühl? Ah, da kommen sie her. Eure Meinung würde mich gerne mal interessieren. Weil das ist für mich schon mal die Videos zu verbessern. Und euch natürlich auch dementsprechend. Da habt ihr auch euren Spaß daran. Also es würde mich wirklich interessieren. Weil wir gehen nämlich die Jahre nach direkt in den finalen Part. Und ich habe nicht vor dem Abspannen sowas noch zu fragen. Das wäre mir persönlich viel zu blöd. Weil ich denke mal den Abspannen wollte ja schließlich allgenießen, wenn man gewinnen sollt. Falls man nicht vorher geschlachtet werden. Und ja, wie gesagt, offene Kritik ist willkommen. Ehrliche Kritik natürlich. Also wenn schon einer sagt, ich bin scheiße. Und ich sollte mich am besten an den nächsten Baum hängen. Kein Thema. Aber ich würde gerne mal wissen, warum. Wenn es plausibel erklärt hat. Ja, kann ich schon leben. So, dann kommt schon mal unser Teil. Perfekt, wunderbar. Bäm. Haha. So, damit wäre die Dolphin jetzt wieder im Großen und Ganzen schon fast in Ordnung. In Ionen-Chat Nummer 2. In der Werbung brauchen sie es zu sparsamen Verbrauch, dass ihre Frau strahlen wird. Und der Haussägen gerade hinklappt. So, dann reinteilen. Das ist ja unterwegs. So, euch brauchen wir natürlich noch nicht mehr. Das heißt, ihr könnt schon mal zurückgehen. Und da kommt schon der letzte Teil. Unser Pilotensitz. Das Wichtigste von allem. Der hat einen Massagensessel, aber keinen Sitz. Das würde mich, also... Also, hol die mal schwer belasten, ne? Jawohl. Komm nachher. Haha. Perfekt. Hast du jetzt vorletzte Teil ist gefunden. Die Dolphin ist so gut wie der, wie die funktionstüchtig. Pilotensitz. Oder ist funktionstüchtig. Pilotensitz. Wenn ich mir den im Cockpit vorstelle, so fühlt sich mein Geplagtes hier in mir, wie ich starte. Also, ich bin ganz im Ernst, meine Vorlese-Kunst, die ist natürlich extrem bestialisch schlecht. Also nochmal, Pilotensitz. Wenn ich mir den im Cockpit vorstelle, so fühlt, fühlt sich mein Geplagtes hier in den Bilden von mir, wie ich starte. Welche eine Inspiration. Ich habe 29 von 30 Teile gefunden. Die Leistung meines Dolphes erhält. Nun kannst du auch in weitere entfernte Gebiete suchen. Ja, und es bleibt ja im Prinzip nur noch ein Gebiet übrig. Ja, unser gutes Schiff ist wieder heil und munter und wiederhergestellt. Perfekt. Tja, läuft doch. So, dann schauen wir, was wir hier noch dreimen können. Ich glaube, viel dreimen können wir jetzt nicht mehr. Teile haben wir ja alle. Das heißt, wir werden hier noch ein bisschen was umbringen. So, wie es uns gehört. Ja, doch nicht. Es gibt nämlich hier einen Gegner, den würde ich gerne hier nochmal an... Oh, scheiße. Der würde ich hier gerne nochmal antreffen. Ich hoffe, dass er kommt. Ich hoffe auch, dass wir ihn finden. Den würde ich nämlich gerne nochmal herausfordern. Sieht nicht so aus. Schade. Dieses riesige Ei, was wir vor ein paar Parts gefunden haben, hätte ich gerne mal aufgeschlagen. Weil da kommt nämlich ein Frosch raus. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und den hätte ich gerne noch herausfordert. Ach, komm. Hier. Töte. Egal, was jetzt stimmt. Wir sind hier so gut wie durch. Oh, da ist ja noch eine. Der tut sich genüsslich hier durchfressen. Das kann ja mal gar nicht sein. So, den könnte ich mal mitnehmen. Wunderbar. Hoffentlich werde ich nicht sehr manch. Hara. Obwohl. Obwohl ist ja eigentlich auch egal. Die Hälfte, das sage ich schon immer. Der gute Olimar tut hier noch ein bisschen was farmen. Das sollten wir auch machen. Das ist nicht verkehrt. Das ist schon mal sicher. Weil in der nächsten Welt, und auch in unserem letzten Part, wird der Boss richtig knackig nochmal werden. Also der ist wirklich nicht ohne. Deswegen brauchen wir einige. Oh, obwohl der gute Olimar, der könnte ja ruhig auch mal ein bisschen was machen. Im zweiten Teil würde ich jetzt die Kampfmaschine. Oh, fuck. Okay. Wo bleiben die Planen, Kameraden? Ah, die ersten treffen wir schon mal ein. Das heißt, bevor die hier eintreffen, werden wir hier alles abfangen. Das wird unseren roten Pikmin zugutekommen. Die werden nämlich notwendig werden. So, der nächste. Nicht so lahm, Arsch, Kameraden. Mann, oh Mann. Schade, dass wir kein Pumpband hier nicht mehr haben. Ich glaube, ich hatte doch so Bock, noch ein Weg zu klatschen. Naja, was soll's. Man kann Schades haben. Fehlt doch der dritte, oder? Wo sind die überhaupt? Okay. Ah, einer fehlt. Ich bin einfach nur extremst lustig. Okay, gut. Dann können wir halt nichts machen. So. Unsere blauen Pikmin haben ihre Pflicht erfüllt. Das ist schon mal gut. Jetzt gehen wir hier... Tun wir die wieder anfarmen. Die 80 Stück, die haben ihre Dienste gut geleistet. Das sollte angeschlagen. Tun wir hier natürlich unsere Elite Pikmin hier wieder. 30 Stück. 1, 2, 3. Jawoll. Ja, und die werden wir jetzt noch hier schön brüten. Weil wir können nicht mehr... Wir können nicht zu wenig gebrauchen. Wir brauchen wirklich einige. Weil der nächste Gegner ist einfach nur abnormal. Der ist einfach nur wirklich krank in dem Spiel. Okay. Gut. Das war's im Großen und Ganzen für den Part schon. Oh, da kannst du ja noch ein bisschen Bubblechen mit euch halten. Das ist schon mal ganz mal so schlecht. Also wie gesagt, ich hab jetzt abgehakt, was wir was gesagt haben. Mit dem... Ähm... Mit der Kritik und allem drum und dran. Es ist ein Vorschläge, sei es Kommentationsstil, sei es, ähm... Video, eventuell vielleicht auch so was an der Qualität, Sound und sonstige Sachen halt. Alles, was dazu gehört im Großen und Ganzen. Äh... Das wär jetzt dann schon mal geklärt. Ähm... Was die nächsten Projekte anstehen, sobald das hier fertig ist, da hab ich mir ehrlich gesagt noch keine großartigen Gedanken gemacht. Ähm... Das werden wir noch sehen, das... Warten wir's mal ab, ich habe einiges in Aussicht. Also ich hab wirklich Lust, die Harry Potter-Teile zu displayen. Den ersten und den zweiten. Und zwar die richtig alten, nur für den PC. Also Harry Potter entstande weißen. Und die waren einfach nur so grottenschlecht, dass sie schon wieder gut waren. Und, äh... Dann hätte ich jetzt zum Beispiel noch richtig Bock... Ähm... Tom White. Die allerersten Teile. Wobei ich sagen muss, die hab ich momentan noch nicht. Also die müsste ich mir noch zulegen. Ähm... Dann... Was hatten wir noch? Leser-Sucht-Levy 1. Ach, vielleicht... Vielleicht würd ich auch einfach mal eine Umfrage machen und einfach mal alles hier rein... in die Kanal-Diskussion schicken. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, was ihr als nächstes sehen wollt. Äh, zur Auswahl hätte schon Donkey Kong Country 2. Das würde ich auch mal nennen. Und natürlich Pigment 2, aber die würde ich... Die werden dann fast später kommen. Ähm... Stronghold läuft hier momentan noch. Noch. Für diejenigen, wo das... Für diejenigen, wo den Part hier zu spät sehen. Stronghold ist schon links beendet. Hehehehe. Ähm... Dann... Gehen wir noch zur Auswahl. Äh... Super Mario Sunshine. Super Mario 64. Kirby 64. Crystal Shards. Und noch generell die alten Kirby-Spiele plus die Mario-Spiele. Also die Auswahl ist gerade groß. Ich werd mir... Zelda vor allen Dingen. Also ich werd mir einige sie zurecht schußern. Werd eine Kanal-Umfrage starten. Und dann lass ich euch entscheiden, was ihr haben wollt. Ich denke mal, das ist ein fairer Deal. Weil wenn ich was entscheide, im Endeffekt... Trifft's ja doch nicht an den Geschmack. Oder eventuell, wenn der eine begeistert, die andere weniger. Weiß mir nicht. So, die guten Pikmini, die taugen irgendwie nichts. Das heißt... Geflücken. Weil das sich mal absichert. Ja, zu früh. Naja, wenigstens haben wir ein paar Knospen nochmal rausholen können. Okay. Ah, die Pokémon-Spiele hab ich vergessen. Wobei, Pokémon ist immer so eine Geschichte. Ich find das immer extremst langweilig. Ich bin mir einfach nicht so gut die ganze Zeit, wie einer Pokémon trainiert. Und meistens macht das auch noch off-screen. Äh, dann hätten wir noch... Ach, ich mach einfach, wie gesagt, wie schon diese Kanal-Umfrage. Diese, diese, diese Anfrage für die letzte Projekt-Umfrage. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Also ihr entscheidet. Und das überlasse ich euch. Hundertprozentig dann. Ich werde natürlich ein paar Spiele raussuchen, was gespielt werden soll. Also ich werde nicht alle auflisten. Sondern momentan die, wo ich faktisch momentan zu greifen habe. Weil es sind jetzt zwei, drei Spiele dabei, wo ich jetzt aufgezählt habe. Wo ich jetzt nicht habe. Beziehungsweise wo ich spielen würde. Aber momentan nicht kann. Da wurden 1070 PS3-Spiele. Äh, und, äh, die ganzen Sachen. Aber da muss ich beschleunigen mit der Aufnahme, wie das funktioniert. Es ist jedenfalls interessant. Also ihr kommt auf eure Kosten, wenn es weitergeht. Das ist schon was Tische. Okay. Das Ei war leider nicht da. Ich hätte diesen Frosch gerne hier verbrügelt. Hier, der gute Olimar. Der war ja auch im Fitnessstudio. Der hat hier mal richtig böse an abgezahlt. Bäm, der flippt hier voll aus. Dieser Geisteskranke. Kinder, Tierschände. So. Schau, schau. Oh. Okay. So, der Tag ist gleich beendet. Ja, die guten Frösche hier. Komm rüber. Der gute Olimar, der prügelt die Scheiße aus uns raus. Niemand. Tut die Faust Gottes hier beleidigen. Naja, killen wir jetzt nicht mehr. Aber wenigstens hat der gute Olimar mal gezeigt, was... Wie geil er drauf ist. Hier, voll der Kille hier. Killfrog 2, ne? Ja, ja, klasse. Ja, genau. Da kommt der zweite Klasse mal angerast hier. Boah, da freue ich mich so richtig auf den zweiten Teil, wenn wir den nochmal spielen. Dann wird der Olimar richtig abgehen. Okay. Tü-tü. 19 Tage seit Aufprall. Ein einziges Teil fehlt noch. Da ich 29 Teile gefunden habe, ist der Dolphin fast wieder vollständig intakt. In den Tiefen des Waldes unter mir sehe ich eine Region, in der ich das letzte Teil vermute. Dies ist ganz klar mein letzter Versuch. Mein Lebenserhaltungssystem wird in elf Tagen versagen. Aber nur Mut. Ja, der Olimar, das ist schon eine kleine Dramatiker, fällt mir gerade auf im Prinzip. Okay, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Wir haben alle Teile gefunden, bis auf eins. Und der letzte wird nochmal richtig interessant werden. Dann gehen wir nämlich auf den letzten Versuch. Und werden uns dem allmächtigen Fürst Knollen aufstellen. Insofern, wie ihr das kennt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihr einen Daumen hoch und den Kommentar würde, würde ich mich freuen. Abonnieren überlasse ich jeden selbst. Das muss keiner. Ist der Zwingt notwendig. Interessiert mich auch jetzt wenig. Aber ansonsten würde ich sagen, hatte die Onstar von mir sind es dann im allerletzten Part von Pikmin. Beim letzten Versuch und beim letzten Part. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Einen Tag. Ich sag auf Wiedersehen und Tschüss.